Brain, die Multi-Touch-Brainstorming-Lösung für Ihre Probleme. Intuitiv, vielseitig, zielführend. Brain, Multi-User, Multi-Touch-Brainstorming. Sie werden begeistert sein, wie einfach Brain funktioniert. Stellen Sie Ihr ganz individuelles Brainstorming aus verschiedenen Warm-Up-Spielen, zahlreichen Kreativmethoden im Baukastensystem kinderleicht zusammen. Sie beginnen mit der Problemeingabe. Von diesem Zeitpunkt an speichert eine Datenbank jeden Einzelnen Ihrer Schritte. So ermöglicht es Brain Ihnen, zu jeder beliebigen Stelle einer Session zurückzukehren und dort von Neuem einzusteigen. Alles dreht sich um die Mitte. So wird eine gute Bedienung für jeden Teilnehmer gewährleistet. Sie suchen mit bis zu vier Teilnehmern in der ersten Phase spontane Lösungen, profane Ideen auszuschließen, erste Eindrücke zu gewinnen und sich ein Bild des Konventionellen zu verschaffen. Erstellen Sie grenzenlos viele Träger-Items, auf denen Sie alle Ihre Einfälle vermerken. Alles erledigen Sie intuitiv mit Ihren Fingern auf dem Tisch. Sie benötigen keine konventionellen Hilfsmittel wie Papier oder Stifte. Sie können alle Items unabhängig verschieben, verbinden, erweitern, drehen oder auch vom Tisch löschen. In Ihrem Multitool befindet sich alles, was Sie für eine Session brauchen. Ein Konnektor für die Verbindungen der Items, der Tastatur und dem Zeichenblock. Der Tisch lenkt über Farbwechsel die Kommunikation Ihrer Teilnehmer und steuert so völlig unaufdringlich Ruhe- und Redephasen. In der Creative-Question-Phase wählen Sie und Ihre Teilnehmer aus einem Pool offen formulierter Kreativfragen diese aus, welche Ihnen helfen, eine originelle Idee für Ihr Kernproblem zu entwickeln. Mit Ihren gewählten Fragen vor sich, lassen Sie nun Ihren Gedanken freien Lauf. Einzelnen Ihrer Kreativansätze werden von Ihnen oder Ihren Teilnehmern immer weitere Fragen aus dem Pool zugeteilt, um diese so einfach und schnell kreativ zu entwickeln. Die Creative-Question-Phase ist nur eine von vielen wählbaren Kreativmethoden, die Ihnen und Ihren Mitarbeitern als Werkzeug zur Verfügung stehen. Sie bewerten am Ende jedes Brainstormings die generierten Ansätze durch ein zweistufiges Evaluierungssystem, um die potentesen auszusortieren. Brain hält Ordnung und vergisst nicht. Entscheiden Sie sich für eine davon und beginnen Sie mit den entstandenen Ansätzen eine neue Runde. Es liegt ganz bei Ihnen und Ihrer Fantasie. Erweitern Sie Brain durch eine Vielzahl verschiedener Extensions, wie Movie-Making, Marketing, Advertisement, Package-Design und viele weitere und lassen Sie sich beeindrucken, wie einfach und schnell Ideen kreiert werden können. Brain in touch with creativity. Er Applause Er Experiment Er Er